Die Löbliche Singergesellschaft ist Träger der Initiative Stolpersteine in Pforzheim. Jeder Stolperstein erinnert an ein Menschenleben, das dem Naziterror zum Opfer gefallen ist. Finanziert wird das Projekt durch Patenschaften und Spenden von Einzelpersonen und Institutionen. Jeder kann die Patenschaft für einen Stolperstein übernehmen. Die Stolpersteine sind ein Projekt des Kölner Künstlers Gunther Demnig. Sie sollen die Erinnerung an die Vertreibung und Ermordung von Juden, Sinti und Roma, Zeugen Jehovas, homosexuellen ausländischen Zwangsarbeitern, Kriegsgefangenen, Euthanasieopfern und politisch Verfolgten im Nationalsozialismus lebendig erhalten. Vor den ehemaligen Wohnungen der Opfer des Nationalsozialismus wird ein Pflasterstein mit einer Metallplatte in den Boden eingelassen. Auf den Stolpersteinen stehen Name, Lebensdaten und Schicksal der Opfer. Für Demnig ist ein Mensch erst vergessen, wenn sein Name vergessen ist. Das Ehepaar Jakob und Helene Goldbaum wohnte in Pforzheim in der Gamelottstraße 5, zusammen mit den beiden Familien der Söhne Max und Erwin Oskar. Der Vater Jakob verstarb allerdings bereits 1914. Die beiden Brüder hatten zusammen eine Juwelenfabrik in der Maximilianstraße. Schon im Jahr 1933 erkannten die beiden Brüder, dass sie und ihre Familien als Juden in Deutschland keine Zukunft haben würden. Deshalb entschlossen sich beide Familien im Jahr 1934 nahezu gleichzeitig zur Flucht nach Italien. Als dann auch dort die Judenverfolgung einsetzte, entschieden sie sich zur weiteren Flucht nach USA. Die eine Familie im Dezember 1937, die andere im August 1938. Beide landeten in San Francisco. Die Familie um Max Goldbaum verblieb in den USA, während die Familie um Erwin Oskar wenige Jahre später nach Kanada weiterzog. In mehr als 2000 Orten in Deutschland und anderen europäischen Ländern wurden inzwischen mehr als 80.000 Stolpersteine verlegt. In Pforzheim liegen 321 Stolpersteine. Die Stolpersteine sind keine Gedenk- oder Grabstätten. Sie fordern aber unsere Aufmerksamkeit im Vorübergehen. Sie erinnern an einzelne Menschen und Leid wird fassbar. Die Stolpersteine wollen Fragen und Diskussionen zum Nationalsozialismus auslösen und die Erinnerung an die Opfer aufrechterhalten. Das Bücken, um den Text auf den Stein zu lesen, ist eine Verbeugung vor den Opfern. Die ersten vier Stolpersteine in Pforzheim wurden 2008 auf dem Platz der Synagoge verlegt. Bis 1938 stand auf dem Grundstück des heutigen Volksbankhauses die Synagoge der israelitischen Kultusgemeinde. Am Morgen des 10. November 1938 wurde sie durch Anhänger der Nationalsozialisten verwüstet, geplündert und in Brand gesteckt. Die vier Stolpersteine erinnern an die Familie Eckstein. Im März 1939 zog die Familie Eckstein von Weinheim nach Pforzheim. Albert Eckstein war Kultusbeamter der israelitischen Gemeinde in Pforzheim. Er wohnte mit seiner Frau Felicitas und seinen Kindern Lore und Martin im Gemeindehaus der jüdischen Gemeinde an der Zerrener Straße. Am 22. Oktober 1940 wurde die Familie Eckstein ins Internierungslager nach Gürst deportiert. Der Sohn Martin kam im Februar 1941 durch Hilfe des französisch-jüdischen Kinderhilfswerk OSE in ein Waisenhaus in Asbe. Es gelang ihm später die Flucht in die Schweiz. Seine Eltern Felicitas und Albert Eckstein wurden in Auschwitz ermordet. Seine Schwester Lore ist seit der Deportation in den Osten verschollen. Der ehemalige Pfarrer von Büchenbronn, Herr Dr. Friedrich Katz, war im Jahr 2002 zu Besuch bei seiner Tochter in Bonn. Dort sind ihm die Stolpersteine aufgefallen, da er wusste, dass im Oktober 1940 195 jüdische Personen aus Pforzheim nach Gürst in Frankreich deportiert wurden, dachte er, dieses Projekt sollte auch in Pforzheim Beachtung finden. Zurück in Pforzheim kontaktierte er Herrn Gerhard Brändle, einem damaligen Lehrer an der Osterfeldschule, da er wusste, dass Herr Brändle in den Jahren zuvor schon intensiv über das jüdische Leben in Pforzheim geforscht hatte. Zu diesen Gesprächen waren auch der ehemalige Landrat Dr. Reichert, der ehemalige Dekan Herr Schäfer und auch weitere Personen eingeladen. Nachdem die anfänglichen Gespräche zu keinem konkreten Ergebnis führten, haben Herr Dr. Reichert, Herr Schäfer und ich im Jahr 2005 die Initiative Stolpersteine gegründet. Nach den erforderlichen Recherchen und vorbereitenden Arbeiten konnten wir dann im März 2008 die ersten 13 Stolpersteine in Pforzheim verlegen. Seither wurden jährlich weitere Stolpersteine verlegt. In den Jahren 2013 und 2020 konnten wir dazu überlebende Personen aus Pforzheim einladen. Nachdem die beiden Söhne mit ihren Familien geflohen waren, wohnte Helene Goldbaum in der Schwarzwaldstraße 51. Am 22. Oktober 1940 wurde Frau Goldbaum mit ihrer Tochter und 193 weiteren jüdischen Personen von Pforzheim nach Gürs deportiert. Als die Söhne von der Deportation erfuhren, beantragte sie umgehend Einreisevisa für die USA für die beiden Frauen. Dies müssen sie nach Gürs mitgeteilt haben, denn ab Mai 1941 wurden die beiden Frauen in einer separaten Einrichtung für weibliche Emigranten in Marseille untergebracht. Als dann die Visa erteilt waren, kamen beide Brüder im Juli 1942 nach Frankreich, um Mutter und Schwester in die USA abzuholen. Ich habe sehr gern die Patenschaft für einen der Stolpersteine übernommen. Jeder Mensch hat einen Namen und hinter jedem Namen ist eine Geschichte. Menschen zu Nummern zu machen, das ist passiert im Nationalsozialismus. Und das Projekt Stolpersteine realisiert auf eine wunderbar unaufgeregte und gleichzeitig eindrückliche Weise das Gegenteil. Jeder Mensch hat einen Namen hinter jedem Haus, vor dem ein Stolperstein liegt, haben sich Geschichten, Lebensgeschichten abgespielt von Menschen, die dort gelebt haben und deren Leben ausgelöscht wurden. Im Rotgebiet, wo ich Pfarrerin bin, in der Johannesgemeinde, liegen etliche solcher Stolpersteine. Und mich bewegt es immer sehr, wenn ich am Gehweg entlang gehe, in der Friedensstraße zum Beispiel oder in der Spichernstraße, wo jetzt mein Stolperstein liegt, wenn ich dort stehen bleibe, den Stolperstein lese, in die Häuser gucke, an die Häuser gucke und mich frage, was ist da passiert in all den Jahren? Wie haben die Menschen damals gelebt? Wie war es von einem Tag auf den anderen anders? Dass diese Menschen jedenfalls die Namen nicht vergessen werden, sondern ihre Spuren in unserer Stadt haben, das finde ich wichtig und deswegen habe ich das gerne unterstützt. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.